aber hier ich glaube den zahlen dürfte uns eigentlich schon locker flockig hinkriegen aufgefallen wie sowas kommt jetzt also hey also er sollte entdeckt werden leg dich hin du stück scheiße bestimmt nur gerade eine frauenpistole ausgerüstet das interessieren wahrscheinlich gar nicht an den toiletten ist schon mal ein schaltkasten hier oben läuft ein buller der kommt mir gerade entgegen ist hier sonst noch ein schaltkasten ich sehe gerade keinen noch einer ich habe den security raum ist aber noch ein verkabelungs ding ist ja jetzt vor den aufzubrechen was lieber auf kameras sind ausgeschaltet da kommt einer ich weiß wo die anderen beiden kästen sind ich denke mal ganz kurz mal einmal ganz kurz alles auschecken wo wachen sein könnten damit ich die einmal alle sehe kann nicht einer versuchen auf jeden Fall hier da rein obwohl ich komme gut raus das ist doch schon mal super ist hier noch irgendwo einer gewesen wo ist der andere katzen hier ist einer hier außen hier ist einer und am klo ist noch einer hinten am klo wo sonst der security raum war da ist auch noch einer 100 prozent wenn ich da jetzt entdeckt so far so gut ich hoffe unten ist wieder alles so frei und nicht so voll ja hier ist alles frei einfach runter gehen hier mal wieder mal eine sneaky jump action aber wir können nicht meinen koden auf dem kreis wir müssen noch einen kreis finden warte lieber gehen lieber hier lang oder ja höre ich habe einen kleinen kreis gemacht und marken und terminalen die den 4-digit-koden auf dem irgendwo haben komm wir haben erst eingetötet ne ich muss ihn töten du hätt ich gesehen naja ich konnte aber nicht abbrechen ja ich habe einen noch habe ich noch ich bringe ihn hoch zum klo du kannst hier weitermachen pass auf dass du nicht entdeckt wirst ich lege hier unten einen leichensack hin interessiert die das nicht wenn ihr so leichensäcke sehen die wache nervt jetzt haben wir unten nur zwei frei was du wieder nicht aufgepasst hast was du wurdest entdeckt nicht ich schwachkopf warum stehst du immer kannst du auch ruhig ducken hier oben sicher durchkommen ich bin auf dem klo und warte hier also so wo die toiletten sind sag mal bescheid wenn er weg ist der typ dreht er sich jetzt oder was macht er das ist so spannend der kommt ja auf die andere seite der wichser ich habe gerade gesagt noch nicht die perle kommt sie da kommt sie gerade jetzt hat sie abgelöst und gesagt geht schwachkopf ich sag sogar noch nicht noch nicht und du springst runter wieso fragst du frei ist und springst dann sowieso was ich sage ja was bringt das dann alles verbockt sagen wir mal so jetzt werde ich gleich bei dem ich renne immer von diese scheibe hier wieso eine katze nächstes mal warte einfach bis die perle dann auch alle wachen weggeschickt hat die wachen jetzt ist es immer wieder auf der seite hier dieses tresor dingens wenn er unten ist dann haben wir sowieso keine chance oben ist er bisher nicht ich habe ihn oben auch noch nicht gesehen willst du mal runter gehen und gucken ob er da ist wenn er da ist kommen wir ja sowieso ich stand da nicht mehr wegkomme vielleicht komme ich dann ja da weg ich habe schon einen plan pass auf ja da ist er ich schaff das floh ich schaff das schreit durch die bank ich werde das schaffen floh ich werde das schaffen du geisel halt nicht umdrehen scheiße jetzt habe ich ein problem hey kameras sind schon mal aus warte liebe auf der linken flanke sind glaube ich noch recht viele bullen vielleicht ich bin durch ich habe markiert da kommt einer ich gebe den server raum also du hast die schlüsselkarte an mir ich darf die ich darf hier gar nicht da ist auch den ganzen guard markiert diesen stromkasten dann haben wir schon alle drei weil der letzte ist ja in diesem raum oder bist du schon im raum da ist einer der andere der andere ist grad hier bei mir ist einer ok dann ist da der oh oh boah unten hätte fast einer was gesehen ah da kommt noch ein bulle von meiner seite aus habe ich auch markiert mach auf wir sind ja schon voll die punkte ja jetzt dann kennen wir wenigstens wenigstens aus hier da kommt eine wache da kommt eine wache und einer ist auf der anderen seite der blau und davon da kommt auch einer ganz schön unauffällig wie du das machst was was denn hier unten ist nie einer gewesen muss mir nur zeigen ob da irgendwelche sind hier unten wir haben es eigentlich immer beim zweiten mal gefunden scheiße 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 meine du funde bingel was los bitte der lassen nach dem bb willst du nicht vielleicht mir geben und ich obwohl machbar bleib geduckt ne bleib geduckt genau naja klar ich wurde auch grad geduckt entdeckt no joke ja was mach ich jetzt mit dem räudigen nimmts einfach gleich mit hoch oder hier ist so ein kopierer als scheiß ne ich nehme die ah ok da kommt glaube ich auch keiner hin ne die frage ist von da oben sieht den glaube ich einer quatsch oder wenn da oben einer herlaufen würde ich nehme einfach mal mit das ist aber der selbe das ist aber eine schlechte bank immer den selben code geh mal vor und gucken wir halt ein bisschen ausschaut ob da irgendjemand schon ist oder wartet oder weil ich bin ja ein bisschen slower mit meiner mit meinem Gepäck hier mit meinem souvenir komm am besten hier in den Raum rein wo die Scholesinen zu sind da ist das eigentlich relativ sicher jetzt geh ich da rein und da wartet so einer auf mich hallo nächstes mal guck mal runter und ob die lady schon die Leute weggeschickt hat ok oh das war knapp ja das ist ja das ist ja so weit wo ich wieder im suicide herunter spring und noch im Flugsee oh da steht ja einer das war schon vorbei ok der kommt hier lang also können wir hier dann si senor ok was machen wir jetzt wir brauchen einen Plan Flo lauf lauf da ist noch einer ich bin hinten reingelaufen ich bin durch ich bin raus Flo da kommt da ja ah ich geh einfach hier rein in so ein Bürogebäudezimmer und warte dass er dann durchläuft du bist oh singe ja hier ist alles voll ich weiß nicht was ich tun soll wer der kommt hier rein dann raste ich aus der kommt hier rein ich bin hinterm Bürostuhl einer geht runter ich sehe den anderen aber nicht mehr ja geh raus man der steht hier direkt vor mir ich bin hinter dem Stuhl so hihihi pssst pssst leise was hat man da keinen sieht ey sneeky sneeky vor allem du bist so ein Guard ne pass auf und einer und dann hörst du so kichern hinterm Bürostuhl fünf Zentimeter vor dir hihihi hier sind zwei Bobs alter ich weiß gar nicht wo ich jetzt lang soll oooh der bleibt stehen dreht er wieder um ne der geht weiter und auf der linken Flanke ist grad keiner ich folge mal den steekens ein bisschen langsamer das Tor ne der hat es schon fertig gemacht hier ne ich bin ja unterwegs ich mach schon mal das Tor auf hauptsache es wird mal als Feind angezeigt ist schon weiter gekommen? halbwegs ja der läuft hier gerade ich bin gleich bei dir ich bin alles bisschen vorsichtiger als du und jump nicht einfach so runter bevor ich nicht hingucke hauptsache halten aktiviert werden jetzt ist über der Samurai Rüstung ich bin da ach sie ist das aber man steht da ne Wache hinter mir das Perle die hat nen ganz komischen Körperbau wo war der Wachmann? der war links irgendwo ne? links und rechts waren jeweils welche da ist ein Zivilist links ist ein Zivilist links ist ein Zivilist und rechts? rechts ist niemand wer denn rechts? links ist ein Zivilist Vorsicht Vorsicht ist hier ne Keycard vielleicht? ne ich seh nichts Vorsicht du wirst von irgendwas gesehen da ist ein Guard rechts gerade nicht oh der kommt in unsere Richtung der auch? hier pssch nein slow 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 NEIN ich hab ihn bringen wir lieber den Kameramann um oder? der sitzt ja glaube ich hinten ich hoffe das ist so der hinten ja ich hab keinen Leichensäcke mehr hast du noch? ich hab noch einen kommt voran oder? komm ich da hin oder dass der mich entdeckt ich weiß nicht ob das ein Wachmann oder ein Zivilist ich auch nicht erschieß ihn einfach ob Zivilist oder Wachmann ist scheiß egal das werken wenn du ihn erschossen ich wurde gesehen ich wurde gesehen ich war mit der Leiche so langsam fuck ist vorbei pager ihn einfach pager ihn einfach aber das war der Kameramann der Kameramann ist ein Zivilist der ist leider vorbei schade und warum? weil ich schon wieder unten gesehen wurde na scheiße na scheiße na egal wie fände ich so schlecht wir schaffen das schon fast oben ja ich finde auch das ist im möglichen ne also wir kommen immer weiter dafür dass wir die Vision noch nie in unserem Leben gemacht haben und wir sind jetzt beim 5. oder 6. Versuch und das ist eigentlich ganz gut erst ah ja ich hab den scheiß ja wolltest du dass wir ist ja wieder dahinter der Manager ja macht der da ich hab den Raum gebraucht der Raum mit den Key Cards ist jetzt diesmal wo du die Key Card einführen musst der ist jetzt diesmal am Klo ne Sache du wirst gesehen ja ich werd schon überall gesehen ist das Ding aber ich bin raus Kameras sind aus Kameras sind aus jetzt sehr schön fuck da kommt noch einer ich bin auf jeden Fall aus der Lobby raus ich hab die Schlüsselkarte diesmal ist der Schlüsseldingens ja am Klo im ersten Schaltkasten habe ich auch schon mal nö ne was ist ach so ach so auch jeder kommt doch nicht oben sinds irgendwo Zivis ah meine Zunge ich hab mir irgendwo die Zunge aufgeschnitten das ist natürlich nicht gut wer hinter dir da ganz viele hinter dir da ganz viele sind das alles Zivis oder was ja ich komm mal zu dir alles gut ich hab die Sache im Griff wie hat die mich denn gesehen wie hat die mich denn gesehen auf jeden Fall ich find den zweiten Kasten nicht zweiten Schaltkasten hier ist bei mir einer bei mir ist einer ah dann ist gut den machen wir machst du den Kasten bei mir oder hältst du ne ich mach eben den Kasten hier ein Guard ein Guard ist hier und da hinten ist auch noch einer Richtung Klo hockt auch einer und hier komm ich hier raus zu dem Raum dahinten wo ist der Raum wo ist der Raum der ist am Klo du musst also durch Vorsicht da sind Guards überall markiert hm und ich zwei ja ich hab sie extra markiert die ganze Zeit was tust du dazu du siehst doch das der Raumflur grad komplett voll ist ja und Jigas da rein ja die haben mich halt gesehen als er sich umgedrehen hat und umgedreht hat ich bin doch wieder zurück in den Flur gelaufen aber wenn er mich dann sieht dann sieht er mich halt jetzt können wir nur noch einen töten ne ja mach mal einen Leichensack dahin ich hab nämlich keine mehr hier rein kann ich zwei wieder aufnehmen voll komisch dass ich nur einen Leichensack betrage boah wie soll man das schaffen wenn wir nur einen töten dürfen schaffen wir schon da waren ja nur zwei Sicherheitsleute drin glaube ich insgesamt und drei Zivis oder so ich mach das Geräusch wenn wir hier an dem Kasten oh oh da unten ist aber jetzt ein Bulle wo wir äh Dingen scannen müssen oder? ne ist andere Seite freut da kommt wieder einer Tim äh ist das Ding auf? ich kann dich durch die Gäste aber nur nachdem du einen 4-Digit-Keycode findest wir können nicht meinen benutzen oder sie wissen es war ich okay King ich habe ein paar Terminale gefunden die vielleicht ein kabel haben können ich brauche dir ein bisschen hacken da kommen auch manchmal Wachen hin ne auf pushen ah es bist du der wieder gesehen wird nicht ich ah ich tipp hier schon kreuz die Finger das ist der richtige 100% Kreditwürdigkeit davon träume ich ich hoffe der dritte zählt jetzt was wirst du eigentlich vor was da ist? hab ihn ja jetzt dauert aber wieder eine halbe Stunde bis sie da ist aber wie gesagt gerade war der Typ da hinten bei den Kameras unten ein CV ich habe noch einen Kabelbinder bei der vorher glaube ich auch ich habe noch ganz viele Kabelbinder noch alle 4 oder 5 oder so 6 Stück boah ich muss jetzt unbedingt eine Karte werfen auf den PC tschau boah ich hab den PC kaputt gemacht das ist voll geil die Karten zu werfen meins da kann man wirklich einen töten? ich weiß nicht tatatatata Müsst dich töten das dürfte die ganze Sache ich habe gerade um die Ecke geguckt und dann stand er genau vor meinen Augen genau vor mir einfach so das genau zum falschen Zeitpunkt der falsche Zeitpunkt die wurden keine mehr töten ne? Ja, bei dein 20 darf ich auch mal einen haben. Das ist gar nicht wahr. Ganz souveräne, unten den Manager. Ja, der war wirklich souverän. Ich wüsste nicht, wie man Frauen die seid. Das sieht einfach komisch aus, wie die aussieht. Sieht die schon weg? Ich bin auf Höhe ihrer Brüste. Ah, die sind weg. Ohne Scheiß. Wie groß bin ich, wenn du mich anguckst? Ich hab direkt ihre Brüste vor meinen Augen. Ja, guck doch mal, die sind Kopf größer als du. Eines frage ich mich, warum haben wir eigentlich die Schaltkästen? Guck mal, Tim. Warum haben wir die Schaltkästen kaputt gemacht, damit die Detektoren nicht gehen, wenn man einfach hier ruhe springen kann? Damit wir was zu tun haben. Wow. Damit es nicht langweilig wird. Wenn der rechts geht, gehe ich links. Aber guck erst mal, ob dein Dingens ist, ne? Langsam. Ist da jemand? Ich weiß keiner. Nee, hab aber das ne Kamera, pass auf. Dahin ist auch ein, äh, ein Guard. Schlüsselkarte, ne? Doch, nach der Schlüsselkarte. Der kommt wieder zurück, der Guard. Was muss man machen? So, ich könnte dem anderen da folgen. Noch ein Guard. Was machen wir jetzt? Auf die rechte Seite switchen. Das ist nur einer. Nicht zwei. Oh, hier ist ne Kamera. Der geht grad da rum und der andere Guard? Da war doch noch irgendwo einer. Ich weiß nicht, aber ich glaub wir können vorrücken, weil hier sind ja so pöder, da kann man sich hinter verstecken. Ah, da ist er. Steht genau, oder? Wenn der zu uns kommt, dann haben wir ein Problem. Ah, da ist der andere. Der geht aber links, ne? Komm, wenn der jetzt auch links geht, dann haben wir ein Jackpot. Ja! Der sieht dich schon, der sieht dich schon. Oh, ho, da sind sie ja, da stehen, siehst du videos. Ich brauche deine Hilfe jetzt. Die nehmen wir alle. Komm! Leg dich hin! Oh, fast gesehen. So! Die kommen. ja deswegen hier drum offenes ding an hier nein der hat die wache der hat den zivil gesehen das sind drei wachen wenn wir wirklich kein oben zu dann schaffen wir das hier unten locker ja ich schon einfach nur den wachmann auf dem rückweg nicht gewischt alter werde mir nicht einfach entgegen gekommen der hässliche fotzenknecht ich meine idiot